Also liebe Internetgemeinschaft, mich hat ja jemand gefragt, was ist ein Trauma-Auto? Hier steht es. Schon sehr sehr früh war ich von diesem Modell einfach hin und weg, aber der ist natürlich das geilste, mega geiles Auto, black and red, das sollte er sein, das ist einfach absoluter Hammer, ich liebe dieses Auto, so was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt mir so einen schenken, können wir auch etwas sponsoren, das dann mal reicht für den, oder schaut einfach meine Videos, erklärt es allen euren Freunden in der ganzen Welt, wenn die Videos gesehen werden, wer weiß, vielleicht nächstes Jahr, machst du ein Live-Video aus diesem Morgen, aus meinem, Moment ist es noch nicht meiner, aber meiner Art ist auch ok. Das ist gut. Auch zwei. Danke.